Was ist noch so ungeduld? Oder vielleicht war's doch die nächste. Das ist auch ein Dschungel. Was ist der Unterschied zwischen Level 1 und Level 2? Ja. Weil Level 3 waren wir, ne? Level 1, du meinst... Du meinst das drüber? Das ist nur Rutschen. Da fehlt der Rest der Stages. Nur das Rutschen und das ist länger. Das ist jetzt nicht so spannend, ehrlich gesagt. Also Level 3, wollt ihr? Ja, genau. Green Forest. Bisher steht's 1 zu 2, oder? Hab ich so wie so einen blöden Gefährdigkeiten. Ja. Warte mal eine Minute. Really? I don't trust you. Warte, mir ist Spaß. Ah, nee. Danke. Oh no. Eure homing attacks treffen euch gegenseitig. Ihr könnt euch richtig nerven. Es klingt einfach unfair und gemein. Ich weiß nicht. Bein hab ich's noch nicht gemacht. Oh. La la la. No. Wirst du sterben, die Gegner, die ich töte, auch für schon? Ja, ja klar. Ja, komm wohl mit dir. Okay. Ich hab gedacht, ich werde Pistole sterben, aber nein. Jetzt hab ich auch mit Michi gespielt. Aber du hättest den natürlich kontaktischen Vorteil dazu. Dass man so einen kontaktischen Vorteil dazu hat. Ah, Shell. Ja, kann das da spielen. Wobei, Michi auch. Ja, ich hab auch noch glaub ich gespielt. Auch mit meinem Nachbarn eigentlich sehr oft. Wer ist eigentlich dieser Nachbarn? Kai. Der wohnt direkt da. Mit dem bin ich auf der Fahrstuhl gegangen. Aber jetzt halt, seitdem er nicht mehr zu *** geht, sehe ich ihn praktisch nicht mehr. Ich glaub ihn... What? Oh, okay. Ich glaub ihn kenn ich aber auch, oder? Ich weiß nicht. Oh, no. Ich weiß auch nicht. Ich kann auch noch ganz B drücken. Nein. Er ist einfach ins Wasser gefallen, also alles okay. Ganz B drücken. Nein. Nein. 30 Sekunden. Warum 30? Wenn du den Stick drehst, geht's schneller oder mit der Taste drückst. Oh, ja. Ich glaub, dreh den Stick. Ich dreh ihn gerade, aber es geht auch schneller. Aber hast du es früher gesagt? Gerade ist eingefallen. Nein, es war gut. Wie komm ich wieder hoch? Irgendwo ist sicher. Du musst schauen, du kannst P drücken. Ja. Hast du dich verarschen, Junge? Ja, im Moment. Und du musst, schon musst eine Homing-Attack auf die Feder machen am besten. Oder gar nicht hier springen. Aber einfach drüber springest du. Jo, guck mal, das ist viel weniger 30. Ja. Okay. Springen. Wehe jetzt schon. Wehe, du wiederholst ihn jetzt nochmal. Ich werd's absolut nicht mehr sagen, ich brauch selber dran denken. Nein! Na gut, wir hängen gerade beide ein bisschen fest. Wir sind gerade beide ein bisschen... Ich glaub, wir haben dich jetzt vielleicht getroffen. Oh ja, toll. Ich glaub, jetzt ist der Fehler vor dir. Was? Ich? Nee. Nein. Noch bisher vor mir. Nein! Oh! Oh! Nein! Don't miss you! Oh! 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 Das ist nicht dein Ernst. Ja, das gewinn ich nicht mehr, glaub ich. Alter, du hast mich schon nach 1 Minute 30 geflasht. So, dann komm ich wahrscheinlich wie Stage nicht mal. Ich bin für einen Snile. Ich? Ich find's nice, wenn... Ich würd's auch nice finden, wär's nicht Amy. Nein! Endlich! Ich schau an die Füsten. Danke, das macht keinen Unterschied. Das ist nur ein grüner Panzer oder ein roter Panzer. War so ein Plastor! Und jetzt hat dir das Leben gekostet. Ah ja, dich ruhig. Ist es Danker geworden, als ich weg war? Hä? Nein! Du Blödmann! Was ist es geworden? Ist es Danker geworden, als ich weg war? Nein, das lag aber nur am Herd, ey. Ach so. Oh, jetzt hat er mich überholt, weil er mich zwei Minuten lang gestunt hat. Ich wurde in diesem Match insgesamt zwei Minuten lang gestunt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Bei so'n Scheiß hab ich auch keine Lust mehr. Oh, die Zeitenleuchte ab. Ich wär schon vor drei Minuten im... Ah, ne, nicht. Aber ich wär schon so lange im Ziel gewesen. Hätt schon nichts seines Attackingsplans. Ich möchte jetzt gleich endlich sein. Amy Rose ist hier. Die Frage ist, ob es da hoch ist. Jo! 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 Es ist egal, ob es da hoch schafft, weil ich jetzt einfach wegen der Zeitablauf nicht mehr einkomme. Wie komm ich denn da hoch? Hofer angestellt! Oh nein! Ich glaub, wer hätte zunäglich vor... Oh! Na, ist beide versorgt. Geholt? Ah, sie hat eine Münze mehr als ich. Das ist keine Münze. Naja, ich weiß, aber... Ich sag, was ist die Geschichte hinter den Dingen? Was bringen die? Sie bestehen aus... Ach, das machen wir jetzt nochmal. Doch, das machen wir jetzt nochmal. Weil er benutzt nicht seine Zeitstopp-Attacke. Really? Wir müssen das nochmal machen, weil wir es verpackt haben? Schätze? Ne, das ist anders als gerade. Doch, scheiße. Ich weiß es nicht selber. Ach, what? Aber ich frage mich, warum Amy so schnell rennen kann immer noch? Weil sie, ähm... Ich glaube, in diesem Spiel kann Eggman schneller rennen als Sonic. Kann auch im Original schneller rennen als Sonic, oder? Ja, da kann man nicht Eggman sein, da kannst du Egg-U-Nice. Ohohohohoho. Ja, da wird ausverstehen eine Abkürzung entdeckt. Oder vielleicht noch keine Abkürzung? Nein, doch. Ausverstehen. B. B. Nooohohohoho. H. B. 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 Du rollst doch vorwärts. Ich rühre mit Rego einstatt zu Fuß. Geil. Welche hast du in dir vorbei? Ja Zoll! Spiel da! Alter! Die fastest thing in life! Nee, also Amy ist OP. Diese Scheißspiel. Du musst hohe wenige Tags machen. Du springst nicht drüber. NOOOOO! Dann springt er nicht drüber. Du springst dagegen mit der Homing-Attack. NULL! Nein! Warum kann denn Amy Flash machen, wenn er null Mützen hat? Ich glaube, weil der gestorben ist. Das gibt's doch nicht! Ah, du kommst da an. Warum darfst du das machen? Aber er stirbt! Schon soll etwas Schlechtes sein. Mit dagegen springt schon. Nochmal springen. Nein, nicht drüber auch. Das heißt, wenn er sich von Checkpoint positioniert und taktisch sich umbringt... Ja, stimmt. Jetzt sind wir verarschen! Wie geil! Was ist denn? Das gibt's doch nicht! Oh mein Gott! Ich glaube, Amy liegt vorne. Ich weiß! Nee, du bist vorne. Du bist eine Feder wieder vor ihm. Warte. Zwei Federn. Oh Gott. Es dauert vielleicht mehr als zwei Federn. Federn? Ja, also Sprungfedern meine ich. Ganz schneller rennen! Nein! Ohohoho! Ganz schneller rennen hätte mich fast gekillt! Gut ausgewichen! Ja, du hälst! Das kann irgendwie beschleunigen, glaube ich. Der Rangkampf, bin ich ganz sicher. Oh, das war meine Scheiße! Oh nein! Sterbe! Nein! Wenn ich das nicht umbringe! Hätte schon kurz länger gewartet, dann hättest du ihn umgebracht. Weil du warst gerade noch unverwundbar. Oh! Was war das denn? Ich weiß nicht! Oh, jetzt erzielt gerade! Metal ist schneller! Der Klavier ist, aber ich weiß nicht, was du gemacht hast. Jetzt müsste er es noch an... Er hatte keine Liane, aber du sie gerade hattest! Was? Was? Warum? Nein! Nein! Oh, das war so ein Stück, Alter! Oh, schön! Holy shit! Das letzte Vorfall war witziger! Okay, jetzt möchte ich, wann seine Fähigkeiten hat. Das letzte Vorfall war witziger! Okay, B! Ja, weil du mich die ganze Stunt hast, dein Arschloch! Sonic in Game, das ist doch gut! Sonic muss erster reißen. Runter? Ah, nee! Sky Rail? Ja, Sky Rail. Geil! Nice! Schön! Daraus werden wir wahrscheinlich ein Video machen. Ja, das wird tatsächlich gehen. Let's do this! Essen! I'm going to do my best, Sonic! Hurra! Oh, die schön personalisierte Lani... Hinten! Oh, schweil! Oh, ey, bin ich runterfallen! Oh, was? Was sag ich jetzt mal an? Nein! 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 Wir sind beide einfach die Besten! Wollte ich nur ihm sagen! Aaron wäre stolz auf euch! Ja! Aaron, Game Drum! Also, warum? Weil er schlecht im Videospiel ist oder weil er ein Sonic-Fan ist? Weil er ist kein Sonic-Fan! Sean will es ein Checkpoint! Und er ist schlecht in Sonic! Und er mag Sonic! Ich auch nicht! Ab zur Hölle! Ich habe keine Sorgen! Ich habe keine Sorgen! Ich glaube, du darfst einen Checkpoint von U benutzen! Und du hast nebenbei B! Also, jetzt gerade geht's nicht! Ich weiß! Aber was war das gerade? Oh, oh! Er hängt fest! Oh, oh! Oh! Oh, fuck yourself! Oh! Oh, no! Oh, no! Oh, shit! Oh, shit! Okay, ich habe es geschafft! Nice one! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, no! Ich nehme! Nein! Sean kann auch Timestop stand da gerade! Nice! Oh, ja! Nein! Nein! Ich glaube, wenn man stirbt, kriegt man eine Gratisfähigkeit! Weil es einfach Bullshit ist! Denn wie gesagt, sterben sollte nichts Gutes sein! Ja, jetzt muss ich sie hier aufholen können! Das gibt's doch nicht! Was macht ihr denn da? Nimm nicht die Linke! Nein! Du Arschloch! Oh nein! Scheiße! Und wie lange wird es da und dass einer von euch diese Stelle meistert? Was ist das denn? So lange! Nein! Ich gehe da runter! Nein! Nein! Der gehört zusammen! Denke ich schon! Spia's wieder! Wusch! Oh, fuck! Oh nein! Das war so wild, oder? Was machst du? Nein! Ja, toll! Oh, egal! Ich bin tot! Ich glaube, es ist jetzt trotzdem jetzt! Nein! Wie sprüge ich vom Gelände aus! Nein! Nein! Da hältst sie ein! Oh, oh! Schaffst du? Okay! 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 Zeit, stopp! Stopp! Nicht Monatmentum! Gut zu wissen! Ja, deine ist hechtiger! Okay, ich bin gespannt! Yes! I did it! Ja! I did it! Ja! I did it! 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 Das ist ein Checkpoint! Wunderbar! Das ist nur verrecken, ob der Spiegel! Ach nee, du bist gestorben! Nee, du bist nicht! Die Frage ist... Och, gut! Wir sind weiter! Man konnte ja irgendwie cool abkürzen, aber ähm... Ja, weiß ich mehr wie. Oh, du rennst schneller! Nein! Okay! Was sollte das werden? No! Das schrage ich ja auch! Wenn nicht, du kannst das für Steam kaufen! Nein, nicht! Nein, du kannst das Sonic Adventure 2 Battle für Steam kaufen! Dann kannst du... Warum sollte ich das? Oh nein! Oh, verdammt! Tod! Was?! 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 Ich hab keine Ringe eingesammelt! Weil keiner den gesammelt! Weil keiner den gesammelt! Ja, wohin denn? Okay! Let's try it again! Gamer! Gamer! Okay, jetzt muss nur einer von euch schaffen! Deswegen... Und jetzt nach rechts steuern! Oh nein! Oh nein! Wir wiederholen diese Stage nicht! Doch! Wir holen euch! Nein! Oh! 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 Werde ich jetzt nicht mehr bei der Hälfte! Oh! Oh! Wir werden wiederholen diese Stage bis wir's schaffen! Oh! Alter! Ich bin doch gleich erst gespawnt! Nein! Ich möchte euch noch andere zeigen! Ihr werdet das nicht so schnell schaffen! Ich bin befürchtet. Ich hab dich überholt. Wo war das noch? Das ist ein TTC. Oh, meinst du vorhin? Gut, das haben wir zählen. Warum war das gerade ein Unterschied? Warte wohl gleich langsam. Das wiederholt sich dann doch jetzt. Nein. Was? So, das wiederholt sich jetzt. Du darfst das machen. Nein, du wirst gewonnen. Ich glaube, es steht 3 zu 2 für mich. Start. Nein, nicht. Nicht Neustart. Das war eine Stage.